Ich hasse Joggen und Tour de France finde ich unglaublich langweilig. Ich mache Bogenschießen. Ich laufe also gern durch den Wald mit einem normalen Bogen und schieße da mit Pfeilen auf kleine Plastiktiere. Und das macht richtig viel Spaß. Oder auf Luftballons. Luftballons sind fast noch besser. Das ist ein bisschen wie Kindergeburtstag. Ich musste immer am Tor stehen. Mein Lieblingswitz zurzeit. Was liegt am Strand und ist schwer zu verstehen? Meine Herren, ich würde gerne sagen, da gab es mir mit ihm besprechen. Ich schlage nur noch einmal an. Im Kino nebenan läuft gerade The Women. Und im Saal daneben läuft gerade The Fast and the Furious. Ja, also eigentlich war das ja eh ein Scheißstück, oder? Ne? Na komm. Ich kann es dir nicht? Ich kann es dir nicht. Ich kann es dir nicht! Untertitelung des ZDF für funk, 2017